ES-TV Videos aus der Region Momentan wahrscheinlich der Sport überhaupt. Die meisten Leute, so wie sie früher eine Luftmatratze im Haushalt gehabt haben, haben wahrscheinlich mittlerweile Subboards zu Hause liegen und man kann es als Sport betreiben, so wie ich das tue, aber man kann es auch einfach zum Chillen, auf dem Wasser rumhängen, ein bisschen Spaß haben. Wie gesagt, so als Luftmatratzenersatz kann man das auch haben. Das Luftmatratz im Zelt ist ein bisschen zu lang, da kann man nicht drauf pennen und ich habe tatsächlich eher so das Gefühl gehabt, wenn ich so die Bilder gesehen habe online, dass es ein bisschen chillig ist, ganz ruhig, also eher nicht so sportlich, aber du hast mich aufgeklärt, es ist richtig Hardcore-Sport. Es kann richtig Hardcore-Sport sein. Man kann mit diesen Boards und es gibt auch völlig verschiedene Boards, kann man wirklich ganz gemütlich ein Naturerlebnis haben, ganz entspannt auf abgelegenen Gewässern paddeln, wo man sonst jetzt mit dem Fahrrad oder zu Fuß am Ufer vielleicht gar nicht entlang kommt, kann man eben mit dem Board den Fluss befahren, ganz, ganz easy, ruhig. Oder mit solchen Boards, auf denen wir jetzt hier gerade noch sitzen, das sind richtige Raceboards, die sind für Rennen gemacht und dementsprechend ist es auch ein Wettkampfsport. Und ich würde es also durchaus als Ausdauer-Wettkampfsport bezeichnen und wenn man mal eine Stunde lang oder anderthalb Stunden, zwölf Kilometer, das sind so die Long-Distance-Distanzen, wenn man das mal durchgepaddelt ist und überlegt, dass man so pro drei Meter einen Schlag macht, dann weiß man, wie viele tausend Schläge man da gemacht hat. Also das ist durchaus Sport. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich mit meinen dünnen Oberärmchen da klarkomme, aber ich werde mich nass machen für euch und es wird Spaß machen. Mit Sicherheit, ja. Es wird ein Crashkurs werden. Also du hast ja gesagt, du bist noch nie auf so einem Ding gestanden und von daher wird es jetzt so eine super schnelle Nummer mit wirklich Einsteigerprogramm für Leute, die eben noch nie drauf gestanden sind. In erster Linie mal so Balanceübungen am Anfang, aber dann sportlich wie du bist, werden wir uns ganz, ganz schnell dann wirklich in dieses, in Anführungszeichen, Wettkampfpaddel, Race-Technik reinarbeiten. Sehr gut. Klasse und ihr seid Zeugen. Viel Spaß. Ja, Sportsfreunde, der feine Ertreiter hat sich mal nicht nackig, sondern nass gemacht. Gigantisch, Wahnsinn. Also hat riesen Spaß gemacht auf dem Wasser. Was haben wir genau gemacht? Ja, letztendlich war das jetzt ein super Crashkurs mit allem drin, vom Balanceübungen für Totalanfänger bis hin schon zur Race-Puddle-Technik, was jetzt natürlich nur ein kleiner Anklarsch war. Die ich schon super beherrsche. Ja, nee, also du hast es wirklich gut gemacht, sauber, hast auch gleich noch den Race-Turn, den Step-Back-Turn auf Neudeutsch probiert. Ich habe zugeschaut. Nee, und du hast ihn probiert, das ist schon mal entscheidend und ausbaufähig. Ich freue mich, wenn du mal wieder kommst und wieder zusammen paddeln gehen. Wenn man jetzt so einen Kurs machen möchte, irgendwie einen Sommerferien, wie schaut es aus? Kann man sich da an dich wenden oder was sind so die Kosten auch für die, die zuschauen? Ganz klar, also ich mache reine Individualkurse, also maximal drei Leute. Lieber ist mir, ich habe Einzelunterricht und ich nehme so 50 Euro die Stunde. Die erste Stunde 50 Euro und jede weitere Stunde dann 30 Euro. Mega. Hey, und Leute, hier im Neckar mal baden gehen, also was will man mehr, oder? Heute ist es nicht ganz so heiß wie die letzten Wochen, so mit 40 Grad, aber angenehm, also mit Neopren überhaupt gar kein Problem. Hey, ganz herzlichen Dank fürs Reinklicken und wenn ihr Bock habt, ja, probiert es aus, macht richtig Spaß. Ciao, macht's gut, schönen Sommerferien. ES-TV Videos aus der Region